Das ist ein Schrecklichster melancholischer Oberwerperbeiter, wenn jemand die Information hat, dann geht er. Hat sich überhaupt noch geübt? Nein, ich glaube nicht. Der brennt schon. Warte, jetzt verwende ich eine Slagwaffe. Wieso? Das ist eine optionale Aufgabe. Wir müssen den Kerl mit Slag besiegen. Ich glaube, wir müssen auf so ein Haus. Ja. Erst einmal auf die Kiste kommen. Nein. 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 Das ist eine Bade. Ich hab ihn zu. Ich hab ihn zu. Du bist du? Direkt in der Dina. Der Dina. Der Dina. Cool, ich hab ihn zu. Der Dina ist direkt in der Dina. Der Dina ist direkt in der Dina. So schlecht von mir. Wo bist du? Ich weiß nicht. Direkt in der Dina. Ich riskier's nicht, dass ich nicht pack. Hau mir deine Slack-Waffe drauf. Mach ich dir so. Da steckt. Die Hyperion Corporation möchte Ihnen und Ihren Männern 3.000 Dollar verliegendes Medi für das Stück. Oh, da hat mir Waffenkiss. Oh, nimm sie einfach. Oh, Granadenmotz. Oh, Granadenmotz. Wir haben mal ein Deal mit Hyperion gemacht. Hey, ist nicht schade um diese Idioten. Ich garantiere dir. Hyperion hätte das gleiche gemacht, wenn die Wiene erschöpft gewesen wäre. Wende mit Tuna. Sie hat einen Job für dich. Ja, das lief ganz gut. Wie ein Wienhelm. Ja, einf... Das war einfacher als gedacht. Und einfacher als letztes Mal. Letztes Mal da hatten wir auch keine Korrosionswaffen. Ne, und da waren da auch nicht geslickt. Das auch. Und da macht er Test-Trap. Letztes Mal haben wir so viel falsch gemacht. Da haben wir auch alles falsch gemacht, was falsch machen geht. Ist das schon. Jo, 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 Jo! Lass uns was denn jetzt! Lilith hat gesagt, ein Zug voller Geld kann ich dir geben. Nur in einem Fall bevorzug. Und für sie ist es dann schrecklich. Na, wie auch immer. Ich habe jetzt ein paar Kracher. Hier und hole sie dir. Die Senilen-Banditen, die du bekämpft hast, verkaufen ihr Eridium gegen Baris. Geh zu dem Bahnhof, wo der Zug mit den Geldern ankommt. Und dann machen wir einen schönen, altmodischen Zugüberfall. Oh, ne, ey. Die Pistole will ich nicht. Wir müssen jetzt in das erste Lache da neu. Ich bin ja schon mal hier. Ich fühle mich nochmal mit Mund hier voll. Mach das. Die Banditen befestigen den Bahnhof, um durchfahrende Züge auszuräumen. Und du musst ihn benutzen. Zum B coastja 2 Prozesse, der Gitarre ist die Momente, um den Ausgang zu sprecken, und die Tase gründen. Jetzt will ich Kleinhold sehen! Oh, ne, 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 ne,ne, ne, ne. Ich mache einen Mannsauber! Ich mache einen Mannsauber! Ich mache einen Mannsauber! Gut, damit bleibt dem Zug kein Festweg. Jetzt musst du nur noch Hyperion ein Signal geben und so tun, als hättest du Eridium zu verkaufen. Machst du gerade das Signal? Ja! Das fühlt sich jetzt sowas von falsch an. Gut gemacht. Der Zug sitzt fest. Geldressore werden freigelegt. Bitte Eridium-Lieferung in Zugladen. Ich habe eine bessere Idee. Blick den Rest von Tina Sprengladungen auf die Safes und sieh dir das Feuerwerk an. Jetzt sollte ich ein bisschen auf Seine gehen. Lass es weg! Das war geil! Uh, Geld wegen! Zugführer Notsignal empfangen. Entsende Truppen zu Bargelzug Nummer 627. Geh zu Tina zurück, sobald du dich um die Hyperion Verstärkung gekümmert hast, Killer. Gute Arbeit! Gute Arbeit! Gute Arbeit! Oh ne, die sind da oben! Das sind ja bloß die Schütze. Das sind ja! Das haben wir mal jedes Geld neben der oben. mach das war das schon wieder alles? so siehts aus mann wie leid hab auf mehr rum gehofft mann ist das nicht logisch ich schalte den Alarm ein und nichts passiert na das ist leer bei dem einen hat dreimal den Alarm hintereinander eingeschaltet aber jetzt ist nichts passiert ja ich bin vorhin immer aus dem Kämpfer rauskommt uh der eine da ist er ist eingeschlossen wer ist eingeschlossen? den wo man vorhin begleiten musste oh der sieht nur Bomben jetzt die noch gericht hat das ist nicht mehr so schön entschuldigt ja jetzt müssen wir doch dreißen ja jetzt müssen wir doch dreißen ab nach Sanctuary entschuldige ja nur Sackgesicht er hoffiert die gottverdammte Mine auszulösen ich bin mal aber gerne da wieder die frau was rennt sie direkt hinter mir her ich war nicht direkt hinter dir wir haben ja bei Iridium liegen gelassen du hast es liegen gelassen ich will mich nur heilen na da wicke ist dem Weg wie nett dass ich mich rein bräuchte nachdem er bald wieder hoch lebt das ist nett aber trotzdem Halt der Strepp macht gar nichts. Ich weiß, haben wir auch gerade im Märch gesetzt. Für einen Dude. Ich hatte hier gerade der Haufenweise Enemies hinter mir. Aber anscheinend hat er keinen Bock zu kämpfen. Wollen wir dann für heute Schluss machen? Wieso, wie lange haben wir schon gespielt? Über 2 Stunden. Aber wir können noch kurz spielen. Nein, lassen wir den Spaß für nächstes Mal übrig. Ja, oder so. Aber dann hier, nachdem wir den Quest abgegeben haben. Nein, machen wir den Quest nächstes Mal abgeben. Ja, machen wir damit. Ja, okay. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.